So Leute, Willkommen zurück zu Pokémon So Silver Nuzlocke Challenge beim letzten Mal. Seltsame Einleitung, ganz nebenbei. Beim letzten Mal haben wir den Eisfahrt durchquert, sind jetzt auf Route 45 und waren schon in Ebenehold City, wo die Musik auf einmal viel lauter wird, beziehungsweise kurzzeitig lauter wird, und haben gesagt, bevor wir uns jetzt hier an die nächste Arenaleiterin heranwagen mit Level 40er Pokémon, dachte ich mir, okay, erstmal Route, erstmal gucken, was finden wir hier so. Und dann entscheiden wir. Dunkelhöhle. Die können wir auch noch durchschauen, aber erstmal möchte ich hier einfach straight runtergehen. Einfach geradeaus runter, bisschen umschauen, bisschen kämpfen. Da sind nämlich noch einige Drenner, die verkloppt werden wollen. So ganz freiwillig. Mhm. Soll vorkommen. Äh, ich gucke doch gerade, wen ich vorschicken möchte. Denn wen möchte ich? Ich möchte, glaube ich, Niesen der Arena ganz gerne benutzen, einfach weil sie Eisattacken hat. Und alternativ bräuchte ich noch ein Pokémon, das, ja, gegen das stärkste Pokémon der Arenaleiterin ebenfalls vorkommen kann. Deswegen werde ich Nies erstmal vorne lassen und, äh, ja, einfach hier runtergehen. Straightforward. Hallo Trainer. Wanderer, Kerli-Typ. So, der Fall ist vorbereitet. Zeig mal, wie du gut dein Pokémon trainiert hast. Ganz schlecht, musst du wissen. Zumal, also ich bin hier, äh, mit sieben Ohren, weil ich ein ganz, ganz schlechter Trainer bin, musst du wissen. Das ist echt, echt kacke. Also, ich hab nur verloren. Mit sieben Ohren. Auf jeden Fall. Und deswegen wirst du auf jeden Fall erstmal von mir von aufs Maul kriegen. Oh, einmal Stärke. Weil wir jetzt die Attacke haben. Können wir sie auch mal einsetzen. Könnte sogar kein One-Hit werden. Wobei, wir sind 11 Level drüber. Nice. Dankeschön. Nett von dir. Dankeschön. Das war, äh, äußerst, äh, One-Hit. Und, ja, stehst du? Und ja, mein Georock, das wird ganz schnell derzeitlich gesegnet, weil ich ihm eine Kaskade ins Gesicht drücke. Was für eine wunderschöne Attacke. Und, ähm, wahrscheinlich One-Hit. Alles andere würde mich wundern, denn hier gibt's ja auch noch nicht die OP-Rubustheit, die mal wie ein Florusgut wirkt. Der einfach mal die sämtlichen One-Hit, sämtliche One-Hit-Kos verhindern kann. Und deswegen sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir hier einfach so ein bisschen durchsweepen. Ähm, ich hole noch eine Stärke raus. Ich hoffe, dass es für ein One-Hit reicht. Selbst wenn nicht, du bist ein Kampf-Pokémon und mit einem Stab-Attacken wirst du mir nicht, sondern ich will Schaden machen. Da ich ein Elektro-Pokémon bin, beziehungsweise nie ist es ein Elektro-Pokémon ist. Ich weiß nicht, ob dieser Crit wirklich notwendig war. Ich glaube fast nein. Weil wir einfach mal 8 Level drüber waren. Das würde mich jetzt schon wundern. Oh, schon verloren, ja. Das hast du gut bemerkt, mein liebfer Freund. Ja, ähm, da war es verloren. Das ist kacke, ne? Das ist ein scheiß Gefühl. Und wir kriegen einen roten Pokémon, einen Georock. Wir haben schon einen Kleinstein, wir wollen keinen Georock. Und deswegen sage ich Tschüssikowski, mein Lieber. Und selten mal ganz fix das Zeitliche, das sich ums Fussiver handelt, hätten wir auch, glaube ich, Teddy Ursa bekommen können. Was auch ziemlich cool gewesen wäre. Wobei ich mit so Standard-Normal-Pokémon nicht so viel anfangen kann. Keine Ahnung, ich bin, ich bin, ich mag ein paar von denen extrem gerne. Teddy Ursa ist verdammt süß. Ursa-Ring habe ich noch nie so wirklich leiden können. Äh, Visenio habe ich mir 1 zu 1 gezüchtet, weil ich das Vieh einfach... Das Vieh. Ich bin heute auch unglaublich nett, ne? In dieser Aufnahmesession, das ist... Oh Gott. Das ist ein Astreiner gewesen. Den hole ich dann beim nächsten Mal noch nach. Wir müssen diese Route sowieso mehrmals ablaufen, also... Hm? Jacke wie Hose. Und Top-Tank, der ist doch auch schick. Steht der mir nicht ausgezeichnet, dieser Top-Tank? Hm, ähm, ja, genau. Ne, Visenio habe ich mir so etwas getüchtet, weil ich das Pokémon einfach unglaublich putzig finde. Das ist wohl eines der süßesten vollentwickelten Pokémon überhaupt. Und, ähm, ja, da dachte ich mir, come on, muss sein. Das ist so ein Fun-Pokémon mit einem Wahlschall. Kann man da super spielen, weil es abgeht wie so ein Schnitzel. Initiative-technisch. Natürlich kann man es auch mit einem Wahlband spielen, optional. Wobei es dann halt meistens geoutspeedet wird, weil es einfach nicht so schlimm ist. Hat man, glaube ich, eine 90er-Init-Base Visenio. Aber es ist trotzdem toll. Und Garadax finde ich erstens auch ziemlich cool. Wenn ich so gerade drüber nachdenke, diese Start-... Diese Anfangs-Normal-Starter. Mit Radfraads-Radikal konnte ich nie so wirklich viel anfangen. Äh, mit, äh, dann halt, ja, Visor Visenio. Habe ich schon dazu gesagt. Dann halt Zick-Tax, Garadax. Beide auch tolle Pokémon. Du bist ein Meryl und bekommst eine Stärke ins Gesicht. Äh, das könntest du sogar überleben, weil ich weiß, dass Meryl und Atsumeryl recht bulky sind. Ähm, nein. Das war aber schon... Alter, Nies, was ist denn heute mit dir los? Hier am Momen-Crit, wie so eine ganz große, ne? Wow. Äh, ein Shillok. Sehr schön. Ähm, was kann danach? Äh, Bidiza, Bidifas. Bidifas macht mir bis heute noch unglaublich... Irgendwie Angst, auf eine gewisse Art und Weise, weil das einfach verdammt... Schottfelsbam! Weil es einfach verdammt creepy aussieht. Irgendwie, dieser, dieser... Das ist so ein Pedoblick. Wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr eine Bidifas in die Augen schaut, was denkt ihr euch dabei? Ich denke mir so, what the fuck? Was hast du erlebt, Junge? Kann doch nicht gesund sein. Fünfte Gen war es Yorclef. Halt, dann halt die Weiterentwicklung, äh, Terribug, Bismarck. Allesamt keine schlechten Pokémon. Nein, Schutzschild, du Arsch. Ähm, allerdings habe ich mit denen noch nie so viel anfangen können und... Was war es eigentlich? Genau. Genau. Und das ist von der... Ich kriege keinen Fall! Dieser Scheißschutzschild! Es zieht es nur in die Länge, so. Äh, und dann war es halt in der sechsten Gen, äh... Skoppel und Grabbit. Und Grabbit habe ich mir auch schon eins gemacht, einfach weil es mit Kraftkollos echt reinhaut. Also, man könnte sagen, 50% der anfangs-Normal-Pokémon mag ich ganz gerne. Jopp. Noch... Warum hast du zwei Schöck? Die sind so nervig. Äh. Deswegen sind sie nervig. Deswegen, weil sie irgendwie... Alle dieses Scheißschutzschild draufhaben und sind auch noch Spam-Man. Okay, das ist die NPC-Logik. Kennt man ja. Wenn ein NPC ein Schutzschild drauf hat, dann wird das gespampt, bis da keiner mehr steht. Beziehungsweise, bis die AP aufgebraucht sind. Oder halt jede zweite Runde. Und dann manchmal halt auch jede Runde. Äh, aber... Irgendwann gehen sie alle zu Boden und wir tragen den Sieg auf eine glorreiche Art und Weise davon. Ich mag es ja solche Sätze so schön auszuschmücken auf verschiedene Art und Weise. Du bist doch ein Kampftrainer, ne? Schwarzgurt. Mein lieber Schwarzgurt. Ich glaube, dann lassen wir mal Damien vor. Äh, was ich mit Rex machen werde, keine Ahnung, irgendwie... Der zieht einfach nur mit. Den müssen wir wieder mal ein bisschen einbinden, wenn sie sich mal die Gelegenheit bietet. Sollte schon noch kommen, also. Ich bin nur mit dem extrem vorsichtig, weil es einfach zwei Vierfachschwächen hat. Es hat Flug und es hat Feuer als Vierfachschwäche und es macht mir halt auf irgendeine gewisse Art und Weise Angst. Und du bist ein verdammtes Maschak und Maschak kann tödlich sein und das ist ganz gut, dass ich jetzt hier nicht mit einem anderen Pokémon eingewechselt habe. Boah. Das war jetzt irgendwo anstrengend, aber das sollte ein One-Hit sein. So oder so. Egal in welchem Universum wir sind, One-Hit ist One-Hit und bleibt One-Hit. Tschüss. Mein liebes Maschak und äh... Ja. Dankeschön. Für die EP war voll notwendig. Du willst meine Handynummer, das weiß ich. Ich wusste, dass der irgendwas Besonderes macht, dieser Trainer. Nein, ich werde sie dir nicht geben. Du kannst mich mal! Hm. Wieder zwei Wege. Ich merke das nicht. Dann muss ich hier so oft drunter laufen. Hm. Kleinstein. Ich glaube, ich setze mal einen Schutzeingleich. So. Wir fliegen einfach mal. Wir rennen ihn davon, ne? Vor allem. Das heißt doch im Englischen You run away, oder? Oder im Englischen heißt doch Flucht run. Oder? War das nicht so? Ich meine, sowas im Kopf zu haben gerade. Und das wäre schon sehr, sehr ironisch bei dem X-Bad, wenn der X-Bad auf einmal anfängt wegzulaufen. Weil es fliegt ja, also wäre Fliegen weitaus praktischer. Naja. Jo, Roma. Weiter geht's. Nice. Es ist so wunderschön mit diesem wunderschönen Rotton. Deswegen. Und weil hier gerade ein Wanderer ankommt, dem ich ein bisschen aufs Maul geben möchte. Eigentlich hat Nice prinzipiell den perfekten Typ für so Wanderer, weil Boden, Gestein und, äh, Kampf-Pokemon. Allesamt so ein bisschen anfällig gegen Flug beziehungsweise Wasserattacken. Problem ist nur Nice, kein abgesehen von Sprung und Feder, keine Flugattacke lernen. Das heißt, wir haben so leichtes Problem, aber wir kommen schon irgendwie klar. Für Notfall haben wir aber noch Damien. Damien haut jedes mit jedem Kampf-Pokemon dreimal aufs Maul, bevor der sich irgendwas überlegen kann. Äh, und dann ist das auch schon Geschichte, das Kleinschein. Wow, wunderbar. Geht wo, geht ruckzuck? Äh, Ja, Wanderer Philipp. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Das geht ruckzuck gerade noch voll im Gespräch drin und schon ist wieder alles weg. Alles voll am Arsch. Kennt man ja. Bist mit dem Gespräch und dann weg. Nix mehr im Kopf, alles tot und kriegst, hast, hast, eine Blockade im Hirn. Hab ich häufiger, gerade wenn ich aufnehme, das ist immer so ein Moment, wo ich dann denke, so gut, jetzt hab ich ein Gesprächsthema, ich laber und laber und laber und geh und was. Geschichte. Ähm, und dann fällt mir im Moment drin einfach nichts mehr ein und dann denke ich mir so, oh, worüber rede ich denn jetzt? Es ist, ja, es kann auch gut sein, dass ich über diese Themen, über die ich jetzt hier rede, schon 15 Mal geredet habe. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, weil dann einfach über irgendeinen Schwachsinn, der mir gerade so durch den Kopf schießt. Ist das Wetter nicht schön draußen? Es wird dieses Jahr extrem früh kalt. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Es ist, äh, alles seltsam. Das Leben ist seltsam. Du bist seltsam. Und du, dass wir den anderen Weg nicht gelaufen sind. Das wäre nämlich ein verschwendeter Weg gewesen, weil da war kein Trainer. Ich hoffe nur, dass ich nachher alle Wege irgendwie nochmal zusammen bekomme, dass wir hier nicht 15.000 Mal den gleichen Weg unterlaufen. Hallo, Diktor. Wie geht's so? Willst du einen Eiszahn kriegen? Beiß dir mal den Kopf ab und zeig mir deine Füße. Wisst ihr immer noch nicht, wie dick das Füße genau untenrum so aus, also wie dick das Unterleib aussieht, soweit, weil es ist, ja, immer nur vom Kopf her zu sehen. Ja, genau. So. Und ein Diktri. Das, äh, könnte sogar schneller sein, als ich. Ich weiß, dass Diktri verdammt schnell ist. Oder es haut einfach einen Tiefschlag raus und hat dann eine Prio. Das geht natürlich auch. Es ist, äh, natürlich nicht verkehrt, eine Prioritätsattacke rauszuhauen. Bei der Tiefschlag natürlich eine tolle Attacke. Es ist eine Möglichkeit, vielen, vielen Pokémon das anzugreifen und kann echt reinhauen mit seiner 80er Base. siehe bei Mega-Kangama oder Kangama allgemein oder bei Fippen-der-Name-Nich-Ein-Cesurio oder Hab ich noch einen Punkt, wo das Tiefschlag drauf hat? Ich weiß es grad gar nicht. Mein Barnett hat noch Tiefschlag, genau. Da war was. Wobei Barnett in der Mega-Form ja strolchert, was, äh, quasi alle seinen Attacken in meinem Fall hat. Also ich hab Schattenstoß, Tiefschlag und dann noch Abgangsbund und Irrlicht, was sobald das einmal gemegert ist. Welche Route war das? 46. Ich meine, ich hab ja noch nichts gefangen, aber mal schauen, was wir hier bekommen. Außerdem gerade eine Aprikoko-Elegant im Gang, wie ich soeben gemerkt habe. Äh, ein Aprikoko-Gelb. Das ist, äh, eine Aprikoko-Güb. Entschuldigung. So, man muss es ja richtig aussprechen. Ähm, ja. Tiefschlag? Auf was hab ich noch einen Tiefschlag drauf? Ich glaube, das war's tatsächlich schon. Ich hab ja aber noch kein Sisurio. Das heißt, ich hab tatsächlich erst einmal Tiefschlag, so, oder zweimal Tiefschlag. Hm. Okay. Äh, hier lang? Wollen wir einen Doppelkopf-Floss machen? Dann geht das eventuell ein bisschen schneller. Vor allem, weil die recht schwach sind. Komm, wir lassen mal Rex vor und Puddis, weil die beiden... Weil Puddis ist vom Level-technischen her noch nicht so hoch und... So. Rex kann einfach mal ein paar EP gebrauchen, einfach weil es manchmal auch kämpfen darf. Wobei, ich nicht glaube, dass wir hier so noch nicht viel EP bekommen, weil die hätten wir schon eher hingekonnt, da wir die Dunkelhöhle ja schon halb erforschen konnten. Sobald wir, was war's? Stärke hatten? Und, mh, oder Surfer, was auch immer man zuerst bekommt von den beiden. Ich glaube, es war Stärke. Und ich sehe ein Feuer-Pokémon. Mh. Mh. Will mir nicht gefallen. Will mir gerade wenig gefallen. So, aber das sollte allerdings reichen, um irgendwas zu one-hitten hier. Einmal eine Matschbombe abgeschossen. Voll mit einer Bombe in den... Ich überlege gerade, wie diese, diese, diese Matschbomben-Animation in echt aussehen könnte. Einfach immer so real. Weil irgendwie ist es ja eine Bombe. Das heißt, es muss da irgendwas explodieren. So, wenn man es jetzt wortwörtlich nehmen sollte. Und das wäre schon extrem krass, wenn auf einmal so ein Matsch anfliegen und voll weckes Splash und so. Ähm, ja. Genau. Soviel zu dem Thema. Und wenn ich hier gerade so ein Mirabler in der Gegend rumstehen sehe, muss ich hier noch dran denken, wie in der ersten Gen. ich sehe gerade mein 3D. Es leuchtet so ein bisschen rot. Ich hoffe, das hält noch bis zum Ende des Parts, bevor er anfängt zu blinken. Ansonsten muss ich ganz kurz ein Cut machen und anschließen. Mein Ladekabel ist sogar in Greifweite. Mit meinem Fuß zumindest. Ähm. Dann sollte das irgendwie gehen. Ähm. In der ersten Gen war ja Käfer tatsächlich noch sehr effektiv auf Gift und andersrum auch. Also, es ist, glaube ich, der einzige Typ gewesen, die so aufeinander Effektivität haben. Das war fast ein sehr schöner deutscher Satz, wenn ich so drüber nachdenke. Ich könnte mir gerade mit dem Fuß mein Ladekabel hochholen. Ha, ich hab's schon in der Hand. So geht das ganz nebenbei und ich hoffe, ich reiß nirgendwo nebenbei ein Kabel raus. So. Und damit steckt mein Ladekabel in meinem 3Ds. Wunderbar. So schnell geht's. So schnell kann das gehen. Ich glaube, wir sind ganz unten. Das heißt, wir können wieder hochfliegen. Juhu. Juhu. Damien, darfst fliegen. Darfst ein bisschen durch die Gegend flattern. Ob wir jetzt genau 15 Minuten machen, weiß ich noch nicht, weil hier gerade auf dieser Route ist extrem viel zu tun und ich würde gerade schauen, dass wir im nächsten Part dann auch was anderes machen als nur Route erkunden. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt die Router an sich abgehen und dann gucken wir im nächsten Part vielleicht in die Dunkelhülle rein. Irgendwie sowas. Und ich könnte gerade heilen gehen. Einfach weil. Weil. Bananenbaum. Oh yeah. Das war jetzt Totschlag-Argument hoch 1000. Ich bin ein bisschen skeptisch wegen der kommenden Arena. Muss ich sagen. Bisschen. Bisschen sehr skeptisch. So. Wenn ich an 40er Pokémon denke, ich glaube 38, 38 und 40 waren die Pokémon. Ich glaube, es sind zwei Dragoneer und ein Seedracking. Seedracking weiß ich. Ich meine, das war Level 40 oder 41. Und ganz ehrlich, ich bin leicht skeptisch. Damien außerdem auch erst Level 35 sehe ich gerade. Ich dachte, der levelt so schnell weg. Dachte ich gerade. Ich dachte, der wäre schon viel weiter. Schutz wirklich nicht mehr. Das ist schön. Jetzt lassen wir doch mal Paddes ein bisschen kämpfen. Unseren lieben Geist und unseren lieben Schutz, den lassen wir auch noch arbeiten, weil der soll uns davor schützen, von wildem Pokémon angefallen zu werden. Oui, oui. So. Hallöchen. Wie geht's denn hier so? Was ist seine Philosophie, wenn es darum geht, Pokémon groß zu ziehen? Der stärkste überlebt. Survival of the fittest. Und aus jedem Pokémon kann man natürlich auch was rausholen. Das ist natürlich ganz klar. Und Taubos. Wow. Jetzt wird's ganz exklusiv. Über 25. Leute. Was ist los mit eurem Level-Schnitt? Das ist doch nicht normal. Das Ding ist halt wirklich so. Es ist immer ein bisschen, der Level-Schnitt in Pokémon Heart Silver und Pokémon Heart Gold ist einfach für'n Arsch. Weil dann sind so die normalen Trainer irgendwie mit Level 25 unterwegs, also 27 oder sowas. Unter 30 und die Arena-Leute hat einfach mal Level 40. Beziehungsweise dann kommen noch andere Trainer, die dann einfach viel, viel stärker sind. Und das ist einfach von der Level-Verteilung meinen Augen nicht sonderlich gut geregelt. So. Und ganz viele P. 35. Vollen Respekt. Irgendwas in der Art. Sehr schön. Weiter geht's, Paddes. Wir finden noch ein paar Kämpfe für dich. Da oben können wir noch ein Anlassbar hin. Jetzt laufe ich mal die Seite ab. Ich meine, auf der anderen Seite war nichts mehr, was wir noch hätten erkunden können. Zumindest nichts mehr großartig. Deswegen andere Seite. Hm. Juhu. Weiter geht's. Ein Onyx. Bei Wanderer Günther. Level 30. Ey, wir haben ein neues Höchstlevel erreicht in den normalen, äh, bei den normalen Alltagstrainer. Auch eine schöne Bezeichnung Alltagstrainer. Ganz lustig wird's, so, ganz lustig wird's, äh, auch in der Kanto-Region dann mit den Leveln. Und da man da ja gucken muss, wie man, muss so, wie man das mit den Leveln macht, weil man ja in Kanto tatsächlich die Möglichkeit hat, äh, die Trainer nach einer freien Reihenfolge zu besiegen. Also da kann man sich ja, also die Arena-Leiter, da kann man sich ja frei aussuchen, möchte ich jetzt erst Missy machen oder möchte ich jetzt erst Major Bob machen oder keine Ahnung. Ähm, daher sind die alle ungefähr auf dem gleichen Level. Die haben da kein, haben da zwar schon Unterschiede, allerdings keine solche Unterschiede, dass man sagen würde, boah, das ist jetzt hier Meilen, sondern das sind dann halt fast so fünf Level ungefähr. Ähm, glaub ich, fünf oder zehn, Maximum zehn. Zehn wäre schon sehr viel. Fünf oder zehn, ich glaub mehr fünf waren es als zehn, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall, so um den 55, 60 Bereich, mein ich, waren das. Ist anfangs halt noch sehr anspruchsvoll. Dafür nachher sind die Trainer, wenn du alle guten wirklich abläufst, wir haben uns an dem gerade Geld gefunden, möchte ich gerade noch mal kurz erwähnen. Wird es ein bisschen, hm, träge. Kämpfst du? Ist die Kampfzone ein Begriff, ist ein gigantischer Kampfkomplex östlich von Olivia in der City. Hm, also wenn du mein Rat möchtest, ich denke, du solltest da frühestens, frühestens mal vorbeischauen, wenn du die Pokémon-Liga erobert hast. Okay. Können wir uns mal überlegen, ob ich die Kampfzone machen werde. Ich bezweifle es mal. Also, ich meine nicht, dass ich die Motivation dazu habe. Und hier ist noch ein Trainer. Gut, dass wir noch mal hier lang gegangen sind. Dann haben wir ja nämlich auch wirklich, jetzt müssten wir alle Trainer haben, glaube ich, auf den Wegen. Kann das sein? Ich meine, ja. Wenn ich einen vergessen habe, oh Gott, obligatorischer Kleinscheintrainer. Wow. Kleinschein incoming. Spookball. Dann machen wir den noch fertig. Fliegen nochmal hoch. Ein Pokémon im nächsten Part. Geht's dann zur Dunkelhöhle, würde ich einfach sagen. So. Offen raus. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's mir ja schlichtweg vergessen. Einfach weil mir immer irgendwas dazwischen kommt. Passiert. Passiert. Shit happens. Dann muss man eben da weitermachen, wo man aufgehört hat. Ich sag mir immer, wenn ich etwas vergesse, dann war es nicht wichtig. Ganz einfach. Wenn etwas vergessen wird, dann ist es nicht wichtig gewesen. Wenn es einem wieder einfällt, dann weiß man, okay, es war doch wichtig. Aber, ja. Das finde ich eine schöne Philosophie. So in der Art, einfach zu sagen, wenn du es vergessen hast, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Hör ich außerdem auch von vielen anderen Leuten gerne mal. Wenn ich irgendwas sagen möchte, ey du, ich wollte dir noch irgendwas sagen, ich hab's voll vergessen. Ach, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Sag einfach Bescheid, wenn es dir wieder einfällt. Äh, Problem ist, es fällt einem meistens wieder ein. Kennt ihr das eigentlich auch? Fällt mir grad so ein. Ähm, ich hab das jetzt in dem Sinne immer, weil man im Wohnzimmer sitzt oder irgendwo sitzt und dann denkt man sich so, oh Gott, jetzt muss ich was holen. Dann läufst du, in meinem Fall halt hoch in mein Zimmer. Ich stehe hier oben ins Zimmer und denke mir, fuck, was wollte ich holen? Das ist keine Ahnung, ich finde dieses Phänomen unglaublich, dass man einfach auf dem Weg ins Zimmer oder da, wo man hingehen möchte, so in Gedanken versunken ist, dass man vergisst, was man eigentlich machen wollte. Und ganz extrem wird es sein, wenn du eigentlich was holen willst in deinem Zimmer und auf einmal stehst du im Badezimmer und denkst dir so, what? Moment, ich bin im falschen Raum, was mach ich hier? Vor allem stehst du dann teilweise, bisschen Gedanken, stehst dann schon irgendwie fünf Minuten im Badezimmer und denkst dir so, Moment, was mach ich hier eigentlich? Ich wollte doch gar nicht ganz woanders hin. Äh, das ist sowas, das passiert mir ganz gerne mal, wenn ich irgendwie gedanklich, äh, sonstwo bin. und, äh, ja, genau. Und damit sollten wir diese, äh, Rote auch soweit abgeklappert haben. Kam mir um einiges länger vor, zumindest gedanklich jetzt, wenn ich rückblickend drauf schaue. Aber vielleicht täusche ich mich auch einfach. Hm. Passiert. Gut, dann heilen wir nochmal kurz unsere Pokémon. Full heal, please. Zack. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bim, bim, Beda, damm. Sehr schön. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Hoffentlich nicht. Je seltener ich herkommen muss, desto besser. Wobei, ein Item haben wir noch nicht geholt. Das will ich gerade noch mitnehmen. Wobei ich dann wahrscheinlich nochmal hochfliegen muss. Wegen Stufen. Die ja viel zu hoch sind, um dann nochmal hochzuklettern. Ach komm, jetzt darf ich hier ernsthaft nochmal für die paar Zentimeter Schutz einsetzen. Ich habe aber gerade irgendwie keine Lust, dass mich wilde Pokémon ansprengen. Also machen wir es einfach mal. Mehr als schaden kann es sich. Hier ist nichts. Hier sind an meinem Augen auch viel zu viele Brücken. Oh, wobei, doch keine Stufe. Ich dachte, hier wäre noch eine Stufe gewesen. Da, da, okay, damit haben wir hier alles. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, Leute, wir haben keinen Blitz. Fällt mir gerade ein. Oder haben wir Blitz? Das würde mich zumindest jetzt sehr wundern. Da war gerade ein sehr schöner Grafikfehler, wenn man genau hingeschaut hat. Am unteren Rand war auf einmal Licht. Erstmal im Pokémon-Team. Schauen, ich gucke mal gerade nach, ob wir was haben. Ansonsten gehe ich nämlich offscreen. Nein. 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 Stumm gelaufen. Dann muss ich kurz gucken, ob wir eine TM noch da haben. Wenn wir keine TM-Blitz mehr haben... Doch, haben wir noch. Sehr schön. Das müsste doch Titoxa sicherlich lernen können. Nein. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Titoxa kann anscheinend keine solcher Töcke lernen. Dann würde ich sagen, ich überlege mir was bis zum nächsten Part. Guck vielleicht noch mal ganz, ganz kurz nach, was wir auf der Box haben. Was das lernen könnte. Also, würde ich sagen, das war's für heute von Pokémon 2 Silver and Asrock Challenge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschau. Bis dahin und tschau.